Hi, zusammen auf Review Entertainment. Ich bin LeaWolf1 und heute möchte ich euch Shinobi Heart Under Blade vorstellen. Ist ein Meisterwerk von Toronto After the Dark Film Festival. Also vom Toronto After the Dark Film Festival ist es halt ein Meisterwerk. Kurz erstmal zur Hülle, Verpackung. Man sieht hier drei Gestalten im Mondlicht mit Schwertern. Mal gleich auf. Da haben wir halt einen unserer Hauptcharakter. Leider ist meine CD ein bisschen beschädigt, warum auch immer. Ja, gut. Was gleich hier auch fällt, eben ab 16. Halt ein paar, ja, Szenenbilder. Das finde ich ganz toll gemacht. Das sind so einige der Hauptcharakter. Also eben, es gibt mehr Hauptcharakter, aber das finde ich eigentlich ganz toll gemacht. Dass man dann so sagen kann, ja, die beiden sind so die Hauptcharakter und das finde ich eigentlich ganz interessant gemacht. So diese kleine Bildgalerie hier drauf. Gefällt mir sehr, sowas. Sehr übersichtlich auch, eben, ja, deutsche Sprache, Tonformat und so. Also halt so mehr oder weniger Standard halt, wieder deutsch, japanisch. DTS 5.1, Dolby Digital 5.1, halt 19 zu, 16 zu 9, Entschuldigung. Disktyp ist DVD 9, Pal 2, Laufentroute 98 Minuten, Martial Arts und Screenmenü ist deutsch, Martial Arts. Genau das, genau das, einer meiner Lieblings-Film-Arten, sowas liebe ich. Okay, das ist eine Realverfilmung eines Mangas und der Manga wurde von Futaro Yamada gemacht. Also, Mangas sind halt die japanischen Comic-Bücher und das ist halt die Realverfilmung davon. Hier ein bisschen Grundgeschichte, gut, wichtig ist eigentlich nur die Zahl, 1614 spielt das Ganze. Und es geht darum, dass Shinobis halt besondere Kämpfer sind, mit besonderen Fähigkeiten. Und eigentlich leben Shinobis nur für den Kampf. Das ist so ein bisschen die Grundstory. Und nun werden sie halt von den normalen Menschen gefürchtet und eigentlich auch ein bisschen geächtet. Sie wurden halt eine Zeit lang für große Kriege halt gerne genommen. Aber jetzt sind, sag ich mal so, die menschlichen Gegner ziemlich wenig geworden. Durch ihre guten Kräfte, weil sie eine hat. Und jetzt haben halt eben die letzten verbliebenen Machtherrscher halt Angst, so nach dem Motto, dass die Shinobi irgendwann mal auf die Idee kommen könnten, sie anzugreifen. So ist so etwa dieser kleine Grundplot. Ich möchte euch nicht zu viel verraten, weil ihr solltet euch ja den Film schon angucken. Ich nehme aber nochmal gerne diese Galerie hier zur Hilfe und zwar folgendes. Um diese beiden geht's, die Hauptcharakter. Sie gehören zu feindlichen Familien. Also es gibt unter den Shinobis halt zwei Familien, die miteinander ein bisschen halt verfeindet sind. Und in Dörfern wie Unukat-Kure und Inukure oder so, glaube ich, wohnen. Ja, und ich glaube, der eine oder andere, der spisst schon die Ohren. Ja, genau. Die Dörfer hören sich so ähnlich an wie die Sachen von Naruto. Auch die Fähigkeiten sind so teilweise, wo man sagt, hm, und das ist das Tolle da dran. Also sollte irgendwann mal von Naruto eine Realfallfilmung kommen, dann möchte ich bitte dieser Qualität, also so wie das hier schon ist, also Minimumstandard bitte die Qualität. Also fangen wir mal mit den Fähigkeiten an. Er hat die Fähigkeit, mit seinem Blick die Zeit zu verlangsamen. Erinnert so ein bisschen an den Rasengan, glaube ich, war es von Narutos Lehrer. Sie hat die Fähigkeit, auch Blick. Ja, weiß ich gar nicht, wie das jetzt genau genannt wurde, ihr Blick. Auf jeden Fall sowas ähnliches wie Körperexplosion, glaube ich, war es. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall eben, wenn sie jemanden anguckt, löst das im Körper. Aber halt Schäden aus. Er ist einer meiner persönlichen Lieblingscharakter auf eine Art. Und zwar, er wird relativ früh schon getötet. Von halt der gegnerischen Mannschaft sozusagen, also von den anderen Shinobis, steht dann wieder auf und tüttelt halt seinen Mörder. Und er fragt ihn dann völlig verdutzt, bist du unsterblich? Also so im Sterben halt, fragt er ihn halt, bist du unsterblich? Und er sagt, nein. Mir fällt mir das Sterben schwer. Und er sehnt sich auch so ein bisschen nach dem Tod. Weil er jetzt ihm wirklich schwerfällt zu sterben. Finde ich irgendwie ein bisschen, ja, genial. Schon so, auch diese Kämpfe sind toll. Eben diese Fähigkeiten, die Einzelnen haben. Es fliegen teilweise eben wieder Tausende von Messern. Sie selber fliegen so ein bisschen durch die Luft. Und wirklich super Meisterwerk. Also sehr hohe, eine sehr schöne Story. Leider verrate ich euch nicht, wie es zu Ende geht. Ihr müsst euch schon den Film angucken. Er lief mal im Fernsehen mit anderen Titeln. Das weiß ich, das ist immer so. Das Problem im Fernsehen haben sie in anderen Titeln. Müsst ihr mal gucken. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie er im Fernsehen hieß. Aber ich kann euch ihn wirklich sehr ans Herz legen. Also ich sag mal so. Predikat, guckt ihn euch bitte an. Sehr wertvoll zum Angucken. Kriegt von mir aber nur 4,5 von 5 Punkten. Ja, dieser, wobei eigentlich 4,9 oder so. Eigentlich nur ein bisschen Abzug. Und zwar hinkt da so ein klein bisschen ab und zu mal. Ich sag ja, bei mir ist es wirklich schwer, die 5 komplett zu kriegen. Ich weiß, ich bin ein schwerer Mensch in so einer Entscheidung. Aber eine 4,5 hat er sich wirklich verdient. Ich empfehle euch wirklich. Guckt ihn euch an, leiten euch aus. Habt viel Spaß mit diesem Film. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich sage Tschüss, bis dann. Ich sage Tschüss, bis dann.